Ja, ich hoffe, es haben so einige den Vlog gesehen. Ich wünsche euch ein frohes, besinnliches, neues Jahr. Dinge. Wird nicht bezahlt. Ich werde nicht bezahlt. Hashtag werde nicht bezahlt. Genau, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Wir haben 1.09 Uhr um am 01.01.2019 ist schon beschissen. Nächstes Jahr wird alles anders. Also dieses Jahr wird alles anders. Ich habe so ein bisschen mehr Technik. Ich habe so ein bisschen mehr Plan, wie YouTube funktioniert, wie YouTube tickt. Und ihr seht, wenn ihr dieses Video seht, ist Artikel 13 nicht gestartet. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, ganz kurz. Ich bin wieder zu Hause. Ja, cool. Ja. Soll ich das Bild für meine Eltern machen und dies und das und anderes. Hurra. Ja, vorher wollte ich euch noch ganz kurz sagen, ich grüße die ganze Community. Ich wünsche auch ausnahmsweise den Hatern wünsche ich ein besinnliches, frohes, neues Jahr. Und rutscht nicht aus, wenn ihr noch auf Bördern seid. Ich bin gerade ausgerutscht. Leider habe ich es nicht aufgenommen, da mein Handy hingefallen ist und das ausgegangen ist. Also der Akku ist rausgegangen. Ich wollte es aufnehmen. Ich hatte auch die ganze Zeit, ich wusste, irgendein Scheiß passiert und noch. Und darum habe ich gedacht, okay, komm, nimm es mal auf. Am Arsch. Das ist ein Blödsinn. Jetzt darf ich erst mal mit meinem Handy wieder neu starten. Kaputt ist es nicht, soweit ich es sehen kann. Kein Riss, kein nichts. Ja, der Akku scheint so ein bisschen mehr. Das ist auch schon gebraucht. Es ist von Samsung. Und es ist ein Samsung Galaxy S4, wenn jemand fragt. Ihr seht übrigens, da oben werde nicht bezahlt. Werde nicht bezahlt. Ich werde wirklich nicht dafür bezahlt, dass ich irgendwas mache oder sonst was. Wenn ich das und das mache, dann hast du sowas anderes. Wenn ich nur das mache, dann werde ich bezahlt. Aber das fehlt noch lange, lange dauert. Ich hoffe, jeder ist gut ins neue Jahr reingekommen. Und all der Scheiß halt, ne? Mit Böllern und Ds und das. Ja, Böllern, muss ich sagen, ist nicht so mein Ding. Es stinkt ohne Hände. Aber wirklich, der stinkt ohne... Oh, ich war gerade draußen. Oh, ich war gerade draußen. Er stinkt ohne Hände. Ohne Hände. Ja, auch liebe, liebe Grüße, wenn du das Video siehst. Florian Abel. Dankeschön, dass du mir auch einen guten Rutsch gewünscht hast. Und es ist leider... Keiner leider hier auf Discord. Aber das soll euch auch gerade gar nicht interessieren. Ich werde mir jetzt noch einen schönen Morgen machen. Werde die Trauerkerze... den sollten wir anmachen und werde so ein bisschen trauern um die Menschen, die ich vor zwei Jahren verloren habe. Es ist nicht leicht, dieses Jahr, ein neues Jahr, für mich. Aber passt schon. Die unter uns feiern aber richtig. So, ich sag den ersten guten Rutsch. Äh, ne. Frohes Neues. Frohes Neues. Äh, ich wünsche euch ein frohes Neues. Dieses Video kommt erst wahrscheinlich später. Viel, viel später. Ich muss jetzt mal schlafen jetzt. Gute Nacht. Ciao, ciao, Pilze.